Damit nach Moskau zu unserem Russland-Korrespondenten Christoph Wanner. Christoph, wir haben also einen heftigen Schlagabtausch, den sich die Ukraine und Russland da seit Tagen liefern. Welche neuen Informationen hast du dazu? Begonnen hat das Ganze vom 25. auf den 26. Dezember mit den Angriffen der Ukrainer auf die Schwarzmeerhalbinsel Grimm, bei denen sie ein großes russisches Landungsschiff versenkt haben. Dann kam die Vergeltungsaktion sofort darauf, der Russen mit schweren Angriffen auf Kharkiv und Kiew, dann der Racheakt der Ukrainer nach Belgerath mit großen Angriffen, dann wieder Kharkiv, Danetsk, Belgerath. Und so geht das hin und her seit einigen Tagen und ich habe keine Idee und keine Vorstellung, wie diese Eskalationsspirale jetzt angehalten werden soll. Also es gibt laufend die Angriffe, nicht nur an der Front, wo natürlich sowieso heftige Gefechte herrschen, sondern eben auch immer im rückwärtigen Raum. Und besonders stark werden dabei Zivilisten in Mitleidenschaft gezogen, obwohl natürlich beide Kriegsparteien immer wieder auch angeben, zivile Ziele nicht anzugreifen. Aber es ist eben schon so, dass manchmal auch Ziele, die eigentlich zivil sind, dann zweckentfremdet werden, wie zum Beispiel Hotels und dann eben für beide Kriegsparteien zu legitimen Zielen werden. So war das auch in Kharkiv vor einigen Tagen, als ein Hotel angegriffen wurde, in dem ein ZDF-Team war und eine Person dieses Teams schwer verletzt wurde. Und ungefähr so muss man sich das vorstellen. Heute Nacht auch wieder Angriffe auf Belgeret, diese südrussische Stadt im russischen Kernland mit den ukrainischen Totschka-U-Raketen. Ja, und wie gesagt, es ist eben nicht verständlich, wie das Ganze aufhören soll. Ich habe immer den Eindruck, dass diese Kämpfe und auch diese Luftangriffe immer heftiger werden von Tag zu Tag. Wenn wir nochmal an die Front gucken, da gibt es einen Ort, über den wir nicht so oft sprechen, weil es da relativ ruhig war in letzter Zeit. Er heißt Svatova. Und da melden jetzt aus diesem Bereich Schnittstelle Provinz Lugansk, Provinz Donetsk, also relativ im Norden, russische Telegram-Portale wie Ribar und auch Baris Rogin, dass da wohl einige deutsche Panzer abgeschossen worden sind oder vernichtet worden sind. Also Panzer aus deutscher Produktion muss das wahrscheinlich richtigerweise heißen. Leopard 2, A5 oder auch A4, da sind die Russen relativ schwammig. Und wie viele, wollten sie auch nicht genau sagen. Es hieß einige, es gibt da Videos, die dazu veröffentlicht wurden. Diese Panzer sollen da wohl in einem Minenfeld auf Minen aufgefahren sein. Dann sollen die ukrainischen Mannschaften die Panzer zurückgelassen haben. Und die Russen haben dann wohl mit den Kamikaze-Drohnen vom Typ Lanzet diese Panzer komplett zerstört. Das sind so die Informationen, die wir hier bekommen haben. Auch hier ist es natürlich unmöglich, das Ganze zu überprüfen, unabhängig zu verifizieren. Das geht nicht. Und an den anderen Frontabschnitten wird nach wie vor heftig gekämpft, aber ohne substanzielle Veränderungen an der Front. Es ist Stellungskrieg, Abnutzungskrieg, massive Artillerieduelle jeden Tag. Aber es gibt eben nicht diesen großen Durchbruch, weder der Ukrainer noch der Russen. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensenderwelt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.